Hallo und herzlich willkommen zu einem Gamesplanet intern. Am heutigen Donnerstag, 9. Februar, beginnt die offene Beta für das Hack'n'Slay-Ritterspiel For Honor. Weil wir von Gamesplanet uns so darüber freuen, haben wir uns akribisch vorbereitet, und zwar im Büro. Was bleibt, wenn deine Arme nach unzähligen Heben Tonnen schwer wiegen? Wenn Strategie im Chaos mündet? Wenn Steine bersten? Wenn Mauern erzittern? Achtung, eine Durchsage für alle Megalomanie-Patienten, die sich für Ritter halten. In wenigen Minuten ist Medikamentenausgabe und im Anschluss Oberarztvisite. Bitte finden Sie sich umgehend beim Pflegepersonal ein vielen Dank. Wir sind bereit für die Beta. Ihr auch? Dann sehen wir uns auf dem Schlachtfeld.